Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den E-Engine Markets Morning Call für Donnerstag, den 13. Februar. Gut, beginnen wir zunächst einmal mit dem wichtigen Monatschart. Wir sind hier weiterhin im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers, am Vortag doch unerwartet kräftig angestiegen, sind dann bei 13.749 Punkten aus dem Handel gegangen, hatten das Tageshoch im regulären Handel bei 13.758 Punkte erreicht und sind dann nachbürstlich bzw. jetzt am frühen Morgen, am Donnerstag, wieder in den Bereich von 13.750 Punkten zurückgekehrt. Also wir pendeln hier aktuell direkt an diesen Fibonacci-Fächer noch hin und her. Es ist noch fraglich, ob wir einen nachhaltigen Durchbruch nach oben schaffen werden im DAX oder ob wir nicht doch wieder hier nach unten abdrehen werden. Wir haben zahlreiche Gaps nach unten offen. Es ist richtig, es wurde öfter erwähnt im Forum, dass nicht alle Gaps wieder geschlossen werden müssen. Es gibt auch verschiedene Formen von Gaps natürlich, aber es ist nun in der Regel so, dass die meisten Gaps doch wieder geschlossen werden und wir haben ja nicht nur ein offenes Gap, sondern mittlerweile vier offene Gaps. Das jüngste aktuell im Bereich von 13.500 Punkten. Ebenfalls wichtig ist dann hier der Wochenchart. Da sind wir nun aktuell bei der roten Markierungslinie, die ich lange genannt hatte, angekommen. Bei 13.740 Punkte sind hier in diesem Bereich dann auch genau gestoppt. Wenn wir hier einen Durchbruch schaffen sollten, nach oben einen nachhaltigen Durchbruch, dann würden wir dann praktisch Kurs nehmen auf die dunkelrote Markierungslinie bei 13.850 Punkte und stoppen wir hier diese Aufwärtsbewegung und drehen wieder nach unten ab. Dann wäre erneut wieder der Bereich hier im Fokus von 13.400 Punkten. Erst unter 13.400 Punkte könnte sich dann wieder nachhaltige Abwärtsdynamik entwickeln und wir würden dann 13.230 ansteuern und dann letztendlich die Marke von 13.000 Punkten. Gut und hier dann wieder unseren Tagesschart mit den Markierungslinien und dem Trendindikator. Der ist natürlich weiterhin blau aktuell und zeigt weiter steigende Kurse an. Solltet ihr auf rot drehen, werde ich das natürlich dann im Kommentarbereich unter dem Video mitteilen. Der Long-Bereich befindet sich heute weiterhin hier am offenen Gap zwischen 13.500 und 13.540 Punkte und der Short-Bereich aktuell am nächsten Widerstand hier bei der Marke von 13.800 Punkten zwischen 13.760 und 13.800 Punkten rote und dunkelrote Markierungslinie. Das wäre dann hier der Short-Bereich für den heutigen Donnerstag. Short-Positionen aktuell weiterhin eng absichern und nicht über Nacht halten, da wir uns noch im Long-Modus befinden. Gut, dann wären wir wieder durch für heute mit dem EMG Markets Morning Call. Die Marke von 13.740, 13.750 Punkten, so dieser Bereich am oberen Fibonacci-Faker im Monatschart, steht aktuell weiterhin im Fokus. Gelingt der Durchbruch, dann würden 13.800 Punkte und 13.850 Punkte folgen und dann über 13.850 Punkte, die dunkelrote Markierungslinie im Wochenschart, würde dann die runde Marke von 14.000 Punkten folgen. Drehen wir wieder nach unten ab, dann würde zunächst einmal wohl das offene Gap bei 13.500 Punkten angelaufen werden. Ich melde mich wieder am morgigen Freitag mit dem EMG Markets Morning Call und wünsche Ihnen für den heutigen Donnerstag viel Erfolg im Handel.